Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Street Fighter 6 Video und zwar Yuri Online Matches. Ja, wir wollen, wir wollen Platinum 1 werden und wie in der letzten Folge gesehen hat, geht das ganz gut. Oh, das allererste Mal in JP. What the hell. Aber wollen wir mal gucken, wie wir uns schlagen werden. Was der Opa nicht abkann ist so. Okay, da hätte ich greifen sollen, aber jetzt hau der mich weg. Oh, das ist so. Yo Komm schon Okay Erwartet Scheiße Ich kicke ihn jetzt nicht weggegriffen Daher Daher Das ist ein Hard-Lessert, Mann. Mein erster JP ist im Rang besiegt. Aber der wird definitiv so rumdenken. I must refuse, are we? Was ist das? Okay, darauf hat er gewartet. Scheiße, jetzt können wir den Chaos machen. Okay, overhead. Meine Güte, meine Güte! Ich bin! Küsst den Boden, JP. Ja. Sehr schön. Alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Fall. Okay. Ein Luke ist unser nächster Gegner. Platinum 1. Let's go. Oh, das ist blöd. Now we go. Das war Panis vom Feinsten, sehr schön. Mann! Mann! Da greppt er zweimal! Der Arsch! 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 Ich komm nicht her, du komm mehr an ihm. Ich komm nicht her, du komm nicht her. Ich komm nicht her, du komm nicht her. Ich komm nicht her, du komm nicht her, du komm nicht her. Ich komm nicht her, du komm nicht her. Okay, die hab ich in der Tasche. Okay, 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 let's go. Okay. 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 Der jumpt zurück. Der jumpt zurück. Okay, 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 okay. Perfect K.O. Leute. Und ihr habt das auf Video. Sehr schön. Komm schon. Das könnten wir schaffen. Wow, also das ist hart. Sehr schön. Wow, so schnell kann ich das nicht mal. Kämpfen, Baby. Kämpfen. Wow. Werde, dass ich jederzeit befreien können. Du machst nichts, doch. Okay. Okay. Gewonnen. Ja, das ist schwierig. Mann und wirklich schwierig, in den Nahkampf zu gehen. Aber er hat nicht sehr viele Specials eingesetzt oder beziehungsweise aggressiv gespielt. Da ich Mann und ja selbst auch spiele. Aber was soll er machen? Alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Fight. Okay, meine Damen und Herren, ein Edmund Honda ist unser nächster Gegner. Puh, der ist aus der Wald. Japaner. Wollen wir mal gucken. Wir müssen richtig gut reagieren. Okay, der hat uns. Okay. Der hat uns. Der hat uns. Scheiße, scheiße, scheiße. 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 Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, Blockschaden. Schwierig. Wir müssen zwei aufhören. Wir müssen planeen. Bis zum nächsten Mal. Arsch! Arsch, 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 Arsch! Ey, das ist dieser Special Move, ne? Dass man den nicht kontern kann, weil der das save ist. Shit. Den kann man, aber da muss man... Wie? Wie Glück muss man haben! Verdammt! Ich kam gegen diesen Special gerade nicht an! Ja, war jedes Mal safe! Scheiße! Naja, okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Fight. Ah, so nah und doch so fern. Okay, meine Damen und Herren, unser nächster Gegner ist ein Geil. Ein Geil... Aber... Mal gucken. Mal gucken. Oh, der könnte mich jetzt haben. Oh, ruhig gespielt. Scheiß, die waren da. Ja, wasser? Ja, wasser? Ja, wasser? Ja, wasser? Gewonnen! Ruhiger Spieler. Aber ich kenne mittlerweile geil. Ja, hallo. So. Okay. Okay. Gut. Das war gut. Das war gut. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Nee, darauf hat er gewartet. Ja, ich wusste gerade nicht, was ich machen kann. Okay. Okay. Das war's für heute. Ah, scheiße. Ich hätte das eine Match gewinnen können. Ah, doll. Ah. Okay. Ah, okay, ah. Das hätte nicht sein müssen, aber ich bin noch im Game. I'm in game. I'm in game. Ah. 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 Oh, nix draus gemacht. Oh, nix draus gemacht. Oh, scheiße. Ich hätte... Ja, ich hatte gerade Burnout. Mein Gehirn war weg. Oh, scheiße. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Fight. Oh, fuck. Okay, ein Jamie. Das ist unser nächster Gegner. Und Gegner vielleicht in dieser Session. Hey. Okay. Gut, Kontern. Eigentlich kann ich den Typen. Okay. Das war's für heute. Halky-Poke. Komm schon. Also ich weiß nicht, was er machen wollte. Ich bin ein bisschen auch verwirrt. Aber ja. Okay, let's go. Na los. Kein Rematch. Alles klar. Dann sehen wir uns noch bei einem Gegner. Einem Gegner. Vielleicht schaffen wir's. Okay, noch ein Jamie. Tja, ein Jamie kommt selbst. Hallo. Scheiße. Das war's für heute. Er versucht sich mit Nutri-Jump. Ah, ich check ihn nicht ganz. Er wartet einfach sehr viel ab. Er ist der erste Jamie, der... ...recht ruhig spielt. Das war's für heute. Was? Das war's. 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 Das war's.